3 Do you know the best team ever? What did you say? I said! Do you know the best team ever? What did you say? I said! Rot-Weiß-Ein-Team! Herzlich willkommen zum nächsten Teenongo Webcast. Heute mit Paul Zellmann, Schwimmer, Deutscher Meister 2017 über 200 Meter und 400 Meter Freistil und 2018 in Berlin über 400 Meter Freistil. Auch nochmal Zweiter geworden über 200 und 800 Meter Freistil. Also auch schon einer unserer richtig guten Schwimmer. Und ich freue mich, dass er heute hier ist und Zeit gefunden hat. Paul, cool, dass du da bist. Ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat, dass wir die Möglichkeit haben, das durchzuziehen. Ja, super. Klassische erste Frage ist ja immer so ein bisschen das, wie ist man eigentlich zu dem Sport gekommen? Also ich selber, ich gebe zu, ich war früher auch eine Wasserratte, aus dem Becken nicht rauszuholen, allerdings eher selten im Bereich des Bahnen-Schwimmens, eher im Bereich des Wild-Rumspringens, Tauchens und Blödsinn-Machens. Wie bist du dazu gekommen, Schwimmen wirklich als Sport zu betreiben? Also Wasserratte war ich früher gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Bei Familientreffen ist die häufig am häufigsten erzählte Geschichte von meiner Oma, dass sie mich teilweise ins Bad tragen musste unter die Dusche. Als kleines Kind, ja. Ich konnte damit nichts anfangen. Und wir haben dann irgendwann im Schulunterricht, in der dritten, vierten Klasse, haben wir Schwimmen gehabt und da habe ich tatsächlich erst Schwimmen gelernt. Okay. Vorher konnte ich nicht schwimmen. Das heißt, es muss so um zehn Jahre alt, muss ich gewesen sein, da habe ich es gelernt und dann haben wir im Urlaub aus dem selben Ort welche kennengelernt, die da gewohnt haben, wo wir gewohnt haben und die Tochter davon ist geschwommen. Und so sind wir dann erst auf den Sport gekommen, weil es dann durch Verletzungen in der Familie bei meinem Bruder vom Fußball kam. Und so ging es halt ein bisschen zum Schwimmen. Aha, okay. Spannend. Ja, es ist ja gerade jetzt auch wieder Thema im Moment, dass viele Kinder erst spät schwimmen lernen. Und du gehörst tatsächlich auch dazu, die relativ spät ist, dass sie richtig gelernt haben. Ich gehöre definitiv dazu. Finde ich im Nachhinein nicht ganz so toll, muss man damit sagen, weil es immer wichtiger wird, wenn man das in den Medien mitbekommt, wie wenig Kinder schwimmen lernen wirklich. Und ich sehe es im täglichen Training, das Schulschwimmen hat bei uns zeitgleich sozusagen zwei Bahnen in der Halle. Wie wichtig ist es, dass die Kinder schwimmen lernen. Hast du denn vorher schon andere Sportarten dann auch gemacht oder war das auch so der erste Sport im Sinne von, ich befasse mich mal wirklich tiefer mit deinem Sport? Nee, ich habe in meiner Familie wirklich sehr konsequent Fußball gespielt. Mein Vater ist über 40 Jahre lang dem Verein treu geblieben. Wahnsinn. Dann mein Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, ein sehr ambitionierter Fußballer, der wie gesagt dann aufgrund von Verletzungen nicht mehr weiterspielen konnte. Ich will nicht sagen, ich konnte es auch, aber ich hätte sicherlich auch, konnte mit dem Ball umgehen. Aber dementsprechend war das meiner Mama ganz lieb, dass ich mich dafür für den Schwimmsport entschieden habe. Also ansonsten habe ich gar nicht so richtig viel probiert. Ich war, glaube ich, mal beim Judo, aber das war nichts für mich. Okay. Klar, dieses Richtung Verletzungen ist Schwimmen jetzt ja nicht gerade bekannt dafür, dass es viele Verletzungen gibt. Vielleicht mal, ich weiß gar nicht, gibt es klassische Verletzungen im Schwimmen, die man da doch immer mal hat? Die Schultern. Die Schultern sind da recht belastet beim Training, beim Schwimmen. Vor allem beim Kraulschwimmen und beim Schmettschwimmen, dass man da häufig am Gelenkmaximum arbeitet. Aber das lässt sich alles behandeln und ist jetzt nicht vergleichbar mit dem typischen Kreuzbandriss beim Fußball von der Häufigkeit her. Ja, und jetzt wahrscheinlich auch, je intensiver man den Sport betreibt, je mehr Richtung Leistungssport, umso eher wird es wahrscheinlich ein Thema werden, denke ich. Ja, definitiv, wobei man da beim Schwimmen ganz gut gegensteuern kann. Mit dementsprechend, wir müssen Übungen die Schulter zu stabilisieren, um gerade zu verhindern, dass man am Maximum das Gelenk gearbeitet und alles sowas. Ja, okay. Und ansonsten sind die Verletzungen wahrscheinlich eher noch im Bereich des Beckenrandes beim Ausrutschen oder bei der Wende mal zu weit schlagen oder was ist das? Also das kommt nicht mehr vor. Im relativ frühen Alter hat man das zum Glück drin. Aber wenn man sich verletzt, dann halt wirklich eher beim Landtraining, beim Krafttraining, an der Langhantel, dass man sich da zu wemlich aufgewärmt hat. Aber das ist alles nicht in der massiven Häufigkeit gegeben. Okay. Jetzt hast du gesagt, dein Vater ist klassischerweise Fußballer und tief dabei und lang dabei. Hat der dann deinen Schwimmsport auch gleich unterstützt? Oder war das eher so ein bisschen, dass deine Mutter dann gesagt hat, naja, dann nehme ich mir eben den Paul und dann hast du ja dann den anderen und dann gehen wir so die getrennten Wege? Oder stand der auch voll dahinter? Also von Anfang an stand meine Eltern da komplett hinter. Meine Eltern haben sich früh getrennt, aber trotzdem war es so, dass mein Vater, am Anfang hätte er natürlich gerne noch gehabt, dass ich weiter Fußball spiele, aber sobald er gemerkt hatte, dass ich da Spaß dran hatte, war das für keinen in der Familie ein Problem, mich da zu unterstützen. Und ich brauchte die Unterstützung dementsprechend auch am Anfang. Ja, ich denke mir das. Das ist ja dann auch immer ein sehr logistischer Aufwand für die Eltern, das alles unter Dach und Fach zu bringen. Also ich kenne es bei meinen Kindern eben auch. Man ist dann doch ziemlich eingespannt und hat nicht immer die gleichen Trainingszeiten im selben Ort, wo man dann doch das etwas stimulieren muss. Das stelle ich mir dann gerade eben, wenn deine Eltern getrennt waren, auch nicht einfach vor, dass man das wirklich alles auf die Reihe bekommt. Es war eine Herausforderung, aber wie gesagt, ich hatte das super Glück mit meiner Mutter und meinem Vater und dementsprechend auch mit meinem Stiefvater. Die haben das alles super koordiniert und haben das immer hingekriegt, dass ich pünktlich zum Training konnte, selbst wenn es schwierig war und pünktlich zur Schule gehen konnte wieder. Super. Relativ zeitig, alles gepasst, alles super. Wie viel Zeit hast du denn so pro Woche im Schwimmbad verbracht? Am Anfang vielleicht, als es losging, ist es vielleicht noch nicht ganz so viel wie dann, als es Richtung Leistungssport ging. Aber wie oft warst du so in der Schwimmhalle? Also am Anfang, nachdem man dann, wie gesagt, gemerkt hat, dass man das als Sport richtig machen möchte, noch nicht als Leistungssport, aber dass man das schon bei kleinen Wettkämpfen mit teilnehmen möchte, war das noch zwei- bis dreimal die Woche. Also war das da auf dem Nachmittag, hat immer ganz gut gepasst, mit nach der Schule hinzugehen zum Training. Aber ja, da hat sie sich auf zwei- bis dreimal die Woche beschränkt, was aber natürlich trotzdem in dem Alter dann schon ein Einschnitt war, sage ich mal so. Also wo andere dann, sage ich mal, nach Hause gegangen sind oder sich mit Freunden getroffen haben, bin ich halt erstmal in die Schwimmhalle abgebogen. Ja, aber hast du jetzt nicht das Gefühl, da irgendwas wäre an dir vorbeigegangen, zu wenig Zeit? Ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, weil das, was ich mache, können die später nicht machen, aber das, was die machen, kann ich nach der Schwimmkarriere trotzdem noch machen. Das ist ja weise, das ist sehr weise. Also das war immer das, das hat mir meine Mama ziemlich häufig erzählt und mein Papa auch und das habe ich verinnerlicht und ist mir bewusst sozusagen, da wusste ich, wofür ich mich entscheide und das ist dann auch wichtig, dass man da voll und ganz dahinter steht, denke ich. Ja, das stimmt. Jetzt hast du ja wirklich sehr viel Zeit mit dem Sport verbracht. War dir das manchmal auch zu viel, dass du gesagt hast, boah, eigentlich wäre es auch mal schön, einfach nur so ein bisschen zu schwimmen? Also klar hat man Phasen in der Karriere, sage ich mal. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wo man einfach keine Lust hat und gerade wahrscheinlich nach irgendeiner doofen Niederlage, mit der man nicht rechnet, mit der man erstmal lernen muss, umzugehen, ist man versucht, sage ich mal, das alles hinzuschmeißen, aber wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt und aufarbeitet, dann ist, glaube ich, bei vielen Sportlern einfach der Ehrgeiz zu groß, dass man erstens nicht mit einer Niederlage abtreten möchte und zweitens einfach, dass man es einfach besser machen möchte und dass man weiß, man kann es besser, sonst hätte man sich das Ziel ja nicht gesetzt. Also das ist, da muss ja irgendwas in einem drin, muss ja gesagt haben, ich kann das und warum es jetzt nicht geklappt hat, weiß ich nicht, aber beim nächsten Mal klappt es nicht, also klappt es dann sozusagen zu gewinnen. Und deswegen, wie gesagt, gab es das bei mir, aber das ist jetzt nicht, ich habe es nicht durchgezogen zum Glück. Ja, eher so die klassischen Phasen, wo halt jeder auch mal sagt, naja, man möchte manchmal auch vielleicht mal eine Party mehr machen und eine weniger auslassen, aber es treibt einen immer wieder zurück in die Schirmhalle. Ja. Wollten denn deine Eltern vielleicht mal irgendwie, dass du weniger machst, weil sie sagen, oh, Paul, ganz ehrlich, wir kriegen es kaum hin? Die haben mir von Anfang an, haben die mir sozusagen die Entscheidung überlassen. Es war immer, wenn eine Entscheidung getroffen werden musste, haben sie gesagt, möchtest du das? Dann war es aber auch klar, haben sie mir aber auch gesagt, was das halt für Konsequenzen, sage ich mal, hat. Dementsprechend der Einschnitt in der Freizeit. Und wenn sie der Meinung waren, dass ich mich da für entschieden habe und wirklich voll dahinter stehe, dann wurde es möglich gemacht. Und dann wussten sie aber auch, dass ich das durchziehe. Und wenn dann halt mal so eine Phase kam, wo ich dachte dann, oh nee, haben sie aber auch gesagt, oh, du wusstest vorher, wofür du dich entscheidest, jetzt zieh mal das auch durch. Nicht so mittendrin, nur so mit einem halben Hintern quasi. Also im Endeffekt auch dann unterstützen, wenn du eben mal dein Tief hast, so ein bisschen Gespür haben, hat er jetzt wirklich gar keine Lust mehr auf Schwimmen oder ist es eher mal so eine Phase, wo man vielleicht mal ein bisschen treten muss, dass er hingeht? Ja, definitiv. Also ich bin der Meinung, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, dass ich da absolut keinen Spaß mehr dran habe und das über eine längere Zeit gegangen wäre, hätten sie mich unterstützt, mir auf was Neues zu suchen oder dementsprechend halt damit aufzuhören. Also das wäre für die, glaube ich, gar kein Problem gewesen. Ja. Ab wann hat sich bei dir denn so abgezeichnet, dass es eigentlich eher Richtung Leistungssport gehen muss oder kann, dass du da auch entsprechend ein Talent dafür hast oder es dir erarbeitet hast, aber es auch willst? Also das ging bei mir relativ schnell, weil ich hätte schwimmen gelernt in der Schule und dann zum Halbjahr in Urlaub und zum Ende des Schuljahres war da mal so eine Trainerin, die da rüber geguckt hatte am Beckenrand, als die Schwimmschule war und die hat dann gefragt, ob ich mal vorbeikommen möchte und ich glaube, die hatte dann auch gesagt, dass in dem ersten Jahr macht man keine Wettkämpfe. Da macht das einfach keinen Sinn und ich habe aber in dem ersten Jahr schon Wettkampf gehabt, weil sich da abgezeichnet hat, dass ich das irgendwie kann. Und ja, dann ab der fünften, sechsten Klasse bin ich dann auf eine sportorientierte Schule, die dann auch wirklich zusammengearbeitet haben mit einem Schwimmverein, wo man nach der Schule in einen Vereinsheim gehen konnte. Das ist SV Wasserfreude Brandenburg, der Verein damals gewesen. Da konnte man sich dann aufhalten. Das waren immer so zwei, drei Stunden, je nachdem, wann man Schluss hatte. Und dann ging es halt zum Training. Und das war dann so der Punkt, wo man sechs bis sieben Mal die Woche Training hatte. Jetzt ist ja, glaube ich, Schwimmen auch eine Sportart, die ja wahnsinnig von der Technik lebt. Also klar, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man halt mitbringt. Ich denke, die Größe ist immer schon ganz gut von der Reichweite her. Dann kannst du mit Kraft einiges machen. Aber am Ende des Tages, ich denke, gerade auf dem Niveau, wo du dich bewegst, ist er dann einfach wahnsinnig viel die Technik, die entscheidet, oder? Schon. Allerdings, wenn man jetzt so Schwimmwettkämpfe sieht, sieht man, dass jeder eine andere Technik hat. Da gibt es so viele Wege, quasi viele Wege für nach Rom. Und da muss man einfach sein Individuelles finden, muss man ehrlich sagen. Aber das stimmt schon, so gewisse Voraussetzungen in der Technik, dass man halt sozusagen die Hand gerade lässt und nicht wegrutscht. Das muss man halt einfach können. Da muss man noch ein bisschen das Gespür für haben. Wir nennen das Wassergefühl wie Schwimmer. Das merkt man relativ schnell, wenn es intensiver wird. Wenn man häufiger schwimmen geht, dann hat man relativ schnell das Wassergefühl. Wenn man jetzt einmal die Woche geht, dann fängt es immer wieder von neuem an. Beispielsweise bei mir jetzt, wenn ich nachher ins Wasser springe, dann weiß ich nach 200, 300 Meter, merke ich wieder, okay, ich führe jetzt wieder das Wasser und weiß, was ich da mache. Und deswegen davon ist es eigentlich relativ abhängig, wie man das sozusagen aufnimmt. Okay. Das ist dann wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, mit ein Grund, warum man vielleicht eben im ersten Jahr oder ersten ein, zwei Jahren, je nachdem, nicht unbedingt an Wettkämpfen teilnimmt, weil das wahrscheinlich einfach ein Talent ist, wie bei dir, funktioniert dann eben, aber die Feinheiten wahrscheinlich noch gar nicht so da sind, die sind eben andere, die im Wettkampf den schon haben. Ja, richtig wieder auf der einen Seite ist halt die Frage, wie viel Sinn macht es überhaupt, wenn man noch gar nicht richtig schwimmen kann, weil dann kommt ja noch dazu, dann kommt eine neue Wende, vor die man noch nie gestellt wurde, die man noch nie im Training richtig geübt hat unter solchen Bedingungen und wird das qualifiziert und es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, für einen Sportler, als das qualifiziert zu werden. Und das demotiviert ja dann auch wieder, also ja, das ist, glaube ich, nicht angenehm. Muss man eigentlich jetzt beim Schwimmen so viel Zeit mit dem Training verbringen oder geht auch weniger? Ich meine, wie gesagt, du, klar, trainierst das ja wahrscheinlich mehrfach täglich, einfach um auf die Ziele hinzuarbeiten, wo du mittlerweile stehst. Aber gerade beim Schwimmen hat man ja oftmals so, das Bild davon, dass die ja den ganzen Tag Schwimmen trainieren müssen. Ist das so oder kann ich auch mit weniger Aufwand erstmal meinem Kind den Schwimmsport vielleicht ermöglichen? Klar, dann nicht unbedingt als Olympiateilnehmer in vier Jahren, aber zumindest, dass es dabei Spaß hat oder wie groß ist der Aufwand? Also grundsätzlich ist Schwimmen im Leistungssport, im Hochleistungssport ein sehr trainingsintensiver Sport, muss man schon sagen. Da ist das Bild, das da ist, dass man den ganzen Tag in der Schwimmballe ist, ist größtenteils richtig. Allerdings, man macht relativ schnell Sprünge am Anfang und das ist dann auch, man kann das relativ gut steuern. Da sind die Trainer halt heutzutage echt geschult drin, dass man das einfach langsam steigern muss. Teilweise so vor zehn Jahren war das noch so, dass so früh wie möglich, wenn man körperlich weit ist, so viel wie möglich trainiert werden muss. Aber heutzutage ist es so, dass man langsam in den Sport reingeführt wird und es relativ lange dauert, bis man bei dem Trainingsaufwand ist, den man sozusagen, den ich jetzt heutzutage betreibe. Also da kann man schon, Eltern können da mit ruhigem Gewissen Kinder zum Schwimmen quasi anmelden, mit dem Wissen, dass sie nicht in drei Wochen jeden Tag in die Schwimmballe fahren müssen, um das Kind vom Schwimmbad zu holen. Okay. Du erlebst es ja jetzt auch im Verein. Wie ist das denn mit dem Nachwuchs im Moment? Bekommt ihr Nachwuchs oder ist es ein bisschen schwieriger? Hat sich das geändert in den letzten Jahren? Ich glaube, grundsätzlich ist es wieder so ein Ding der Thematik, wann Kinder schwimmen lernen, weil natürlich ist es schwierig, wenn normalerweise, wenn ein Kind erst mit elf, zwölf schwimmen lernt, da hat es schon so seine Interessen, die es mag. Also, so sag ich mal, heutzutage viele Computerspiele oder so oder viele Fußball. Da ist es dann schwierig, dann parallel sozusagen das Standbein Schwimmen aufzubauen. Wir haben jetzt bei der SGS eine Schwimmschule gegründet. Da wird viel Wert darauf gelegt, dass Kinder, da können sich alle anmelden, einfach schwimmen lernt. Da geht es wirklich nur um dieses reine Schwimmlernen, hat gar nichts mit Training zu tun. Aber sozusagen die Lehrer, die Trainer davon, die sind alle geschult und haben schon ein gewisses Auge dafür, um zu sehen, oh, der hat dieses Wassergefühl quasi, der weiß, wie er sich bewegen muss, um vorwärts zu kommen. Und die werden dann schon verwiesen an Trainer sozusagen, wo sie, wenn sie Lust haben, sich mal melden können. Und da geht es gar nicht nach Alter unbedingt. Wenn das passt, passt es und können sich gerne mal ein Probetraining anschließen. Also das ist da dementsprechend ganz angenehm eigentlich so mit der Schwimmschule, dass man da, rekrutieren ist ein doofes Wort, aber dass man so ein bisschen sieht, was da ein bisschen schlummert in den Kindern, sag ich mal. Ja, das probieren ja viele Sportvereine immer so ein bisschen aus, natürlich irgendwas für die ganz Kleinen anzubieten, was noch nicht hundertprozentig mit dem Sport zu tun hat, den man vielleicht anbietet im Verein. Um einfach so ein bisschen Pässe zu wecken. Genau. Also ein bisschen Körpergefühl auch zu bekommen und dann möglicherweise vielleicht beim Verein halten zu können, bei dem Sport halten zu können. Und das macht ihr jetzt dort dementsprechend dann im Wasser auch. Genau. Da wird mehr gespielt als geschwommen. Was aber auch absolut richtig ist in dem Alter. Manche können, glaube ich, erst schwimmen, bevor sie laufen können. So sehen die in Pässe auch die Beine da. Das ist schon ganz süß manchmal. Kriegt ihr das auch mit, wenn es wieder irgendwie olympische Spiele waren, dass danach wieder mehr zum Schwimmen kommen und dann flaut das wieder ein bisschen ab? Oder kriegt ihr das auch nicht so mit? Ja, generell ist natürlich das Interesse kurz vor der Olympischen Saison und nach den Olympischen Spielen immer ein bisschen größer an so Randsportarten, sage ich mal. Aber auch gerade bei sowas merkt man, da kommen häufiger Eltern und fragen nach, wie es denn so möglich ist, einfach so in den Sport reinzukommen. Hat sich das so ein bisschen verändert, so die Unterstützung der Eltern, was sie so investieren in die Kinder oder kriegst du es vielleicht gar nicht mit? Ich weiß nicht, wie aktiv du auch im Jugendbereich vielleicht sogar da bist, außer Vorbild. Ja, also tatsächlich hat man, ich glaube, das hat man aber in jeder Sportart, dass man sehr ambitionierte Eltern hat, teilweise auch überambitionierte Eltern. Ich glaube, das gibt es in jeder Sportart, wenn man da manchmal ein bisschen bremsen muss. Aber ansonsten, was ich merke, was ich von denen, die ich kenne, ist das alles in einem gesunden Rahmen der Unterstützung. Und wie gesagt, also wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, den braucht man da am Anfang auch. Gerade als Jungspun, sage ich mal, als kleines Kind ist es, glaube ich, ganz gut, mit dem Rückhalt der Eltern da so ein bisschen das Ganze zu lernen. Wenn du das mal so zurück überlegst in deine Anfänge, gab es da irgendein Ereignis oder irgendwas, ein Erlebnis, irgendwas Cooles, wo du sagst, das vergesse ich nicht, das war so super und das hätte ich ohne Schwimmen jetzt auch gar nicht erlebt. Das war einfach toll. Bis heute weiß ich das. Also das erste richtig schöne Erlebnis, daran kann ich mich erinnern, das ist so, da bin ich 200 Kraul bei einem Wettkampf, das ist noch acht Jahre her, neun Jahre her. Da bin ich das erste Mal unter zwei Minuten gestorben auf 200 Kraul. Das ist so, zwei Minuten ist so die erste magische Grenze, die es eigentlich so gibt. Und ich kann mich wie heute daran an dieses Rennen erinnern, was ich da gedacht habe und als ich angeschlagen habe und da gibt es Bilder von, die habe ich mir ausdrucken lassen, die habe ich mir gekauft und alles sowas. Das ist ein echt schöner Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere, der mir auch durch manche Trainingseinheit schon geholfen hat. Ansonsten kann ich mich an meinen ersten Wettkampf sogar erinnern, den allerersten. Am Tag vorher hatte ich noch Training bei mir zu Hause und bin nach Hause und habe meine Schwimmbrille in der Schwimmhalle vergessen. Und dann am Abend, ja, Paul, pack mal bitte deine Schwimmhalle in deine Schwimmtasche und ich habe meine Schwimmtasche gepackt und ich hatte keine Schwimmbrille mehr, weil die in der Schwimmhalle lag. Und die haben in der Schwimmhalle angerufen und die lag nirgendwo, die war weg. Und dann hieß es ja, wie möchte man einen Wettkampf bestreiten ohne Schwimmbrille? Und ich habe in meinem Freundeskreis umher telefoniert und irgendwann haben wir dann jemanden erreicht, dessen Mutter teilweise schwimmt, so mal schwimmen geht und die hatte so eine Oma-Schwimmbrille, ohne es abwertend zu meinen. Und die hat mich quasi gerettet, auch wenn ich reingesprungen bin und die voller Wasser lief, aber die hat mir quasi, diese Schwimmbrille hat mir den ersten Wettkampf anmöglicht. Da kam mir ja schon fast vor, dass es die Schwimmbrille war und nicht die Badekappe, dass du dann diese schöne mit den Blümchen, die es früher so schön gab. Ja, oder so, Badehose wäre noch schlimmer, die hätte ich gar nicht mitmachen können, wahrscheinlich. Wobei, sowas hat man halt immer mehrfache Ausführungen mal zu Hause, aber so eine Schwimmbrille hat halt nicht mehr gehabt irgendwie. Das sind so zwei ganz schöne Momente, an die ich häufiger mal denke, ja. Haben sich eigentlich deine Eltern auch irgendwie mehr noch einbringen müssen oder haben sie es freiwillig gemacht, jetzt also abgesehen von das klassische Elterntaxi? Haben die irgendwie da Aufgaben im Verein übernommen? Ja, dementsprechend, weil wenn so Wettkämpfe sind, wird halt mal gebeten, Kampfrichter zu sein, zum Beispiel sowas. Wenn die Ausbildung da ist bei höheren Wettkämpfen, bei kleineren Wettkämpfen ist das gar nicht mehr notwendig, dass man, glaube ich, eine Kampfrichterausbildung hat. Anderen geht es da um Kuchenbacken und alles sowas. Das ist ja schnell gemacht. Das habe ich teilweise sogar manchmal gemacht. Aber vielmehr mussten meine Eltern sich da, glaube ich, auch gar nicht mit einbringen. Also das ging da eigentlich immer auch ohne die. Okay, eher dann beim Wettkampf dabei sein und mitfiebern. Ja, das wollte ich auch selbst. Das wollte ich mit dem Verein, das war mir auch selbst, aber ganz wichtig, dass da eigentlich jemand vorhanden ist. Wie kriegt man das eigentlich mit beim Schwimmen? Also ich meine, gut, ich habe Hockey gespielt, da ist es relativ einfach, da ist es dann mehr oder weniger mal laut oder nicht so laut in der Halle oder am Feld. Jetzt beim Schwimmen, ich meine, du holst jetzt ja nicht ständig Luft, aber unter Wasser kriegst du wahrscheinlich gar nicht viel mit von außen rum oder wie stellt man dich das vor? Also selbst bei Wettkämpfen, wo nicht so viele Leute da sind, ist es natürlich in den Finals oder in den letzten Lauf, wo dann halt die Schnellsten mit dabei sind, ist es häufiger lauter und das kriegt man schon mit. Und ab und zu kann man das schon mal anhand der Lautstärke sozusagen erahnen, dass da irgendwie jemand auf dem Vormarsch ist und sich da mal so ein bisschen orientieren. Und man kann auch mit seinem Trainer absprechen, dass man halt an der Stelle zu ihm atmet und er dann dementsprechend die Zwischenzeit anhand von Handzeichen mal anzeigt oder sowas. Das ist gerade bei den Langstrecken sehr beliebt, aber so bei 50, 100, 200 Kraul, da heißt es Augen zu und durch. Okay. Aber so, ich sag mal, richtig konzentriert bekommt man nicht mit, wer wie draußen, wie agiert. Also jetzt als Beispiel der Sven Ottke-Boxer, der hatte mir erzählt, dass es ihm teilweise fast peinlich war, wenn seine Mutter dabei war, weil die so eine Stimme hatte, die man durch die ganze Halle gehört hat. Und das war euch wahrscheinlich jetzt aber dann nicht mehr so. Da seid ihr wahrscheinlich zu kurz draußen aus dem Wasser, oder? Zumindest während des Wettkampfs. Ich würde nie durch die Schwimmhalle schreien und mich anfeuern, das weiß ich nicht. Aber auch so, nein, das kriegen wir nicht mit. Also da geht es vor allem so um die Zeit, beziehungsweise wenn auf dem Weg zum Start, zum Callroom ja heutzutage inzwischen bei den größeren Wettkämpfen, dass man sich da nochmal einfach nochmal ein schönes Board abholt, was mit auf den Weg kriegt, aber sonst beschränkt sich das auf das Minimum. Eine Sache, die mir immer schwerfällt, wenn man so vor dem Fernseher sitzt und sich Schwimmen anschaut, weil ich kenne es natürlich, Schwimmen auch vorrangig dann eben von den Wettkämpfen, die man mal sieht, wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter. Und wenn dann der Reporter was sagt, wie das Wasser ist, aber auch heute schnell. Da frage ich mich immer, ja, das ist Wasser. Also wie ist das? Also ihr empfindet Wasser in geschiedenen Schwimmanlagen tatsächlich unterschiedlich? Ja, ich glaube, also, was ich glaube, mein Empfinden ist vor allem über die Temperatur. Daran ist es je nachdem, ob es warm oder kalt gibt, es hartes und weiches Wasser so ein bisschen. Das ist aber auch von Schwimmer zu Schwimmer unterschiedlich, was man bevorzugt. Aber es gibt zum Beispiel Berlin, die SSE, die Schwimmhalle, ist ein extrem schnelles Becken. Das kann man so sagen. Es ist einfach so. Also ich kann selbst, glaube ich, nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß nur, dass es immer sehr kalt ist und schnell. Und auch ein absolutes Wettkampfbecken. Ich habe da schon mal drin trainiert und wenn man drin trainiert, ist das alles so leer und langsam. Also da fühlt man sich einfach langsam, aber man ist es nicht. Aber das Gefühl spielt einem da immer mal so einen Streich. Aber nee, das stimmt schon. Glasgow jetzt bei der EM 2018 war gefühlt ein langsames Becken. Das haben aber auch andere gesagt. Also das war so von den einzelnen Nationen, auch von den Briten, von den Ausrichtern an sich. Da weiß ich nicht zum Beispiel, dass die ursprünglich ihre Olympia-Quali da machen wollten, aber aufgrund der Empfindung der Sportler haben sie das geändert, weil sie ein schnelles Becken dafür haben möchten. Das ist spannend, weil wir als Außenstehender erkennen ja viele Unterschiede einfach nicht. Ja, klar. Ich kann sagen, warm und kalt oder mir zu kalt. Ja, das habe ich mir auch so. Ich mag eher so, da wo andere sagen, du bist zu warm, fühle ich mich eher wohl, muss ich echt zugeben. Super. Gehst du jetzt auf irgendwelche Wettkämpfe gerade zu? Ist jetzt demnächst wieder was? Ich glaube, es waren ja gerade nochmal Europameisterschaften waren, glaube ich, gerade. Nee, wir hatten Kurzbahn-Weltmeisterschaften, waren im Dezember. Da habe ich nicht teilgenommen, das habe ich ausgelassen, weil das war eine weite Reiserei und den haben wir nicht vorbereitet. Deswegen wäre das so ein bisschen nur morgens schwimmen gewesen und dafür nach China fliegen. Den Umständen, also wäre ein bisschen zu viel gewesen, meiner Meinung nach. Da hat der Verband gesagt, ja, das können wir so machen. Da habe ich bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften teilgenommen. Ansonsten hatten wir einen Wettkampf in Luxemburg und einen Mannschaftswettbewerb, da wo man für das Team schwimmt, was ja relativ selten ist bei uns im Sport, wo man da um Punkte schwimmt. Und jetzt geht es los. In sechs Wochen beginnt sozusagen unsere WM-Qualifikation. Das Zeitfenster ist schon seit drei, vier Wochen offen und unser Wettkampf, den wir ansteuern, ist in sechs und sieben Wochen, glaube ich. Okay, also mit ein bisschen Glück können wir dich dann da sehen, hoffentlich. Nicht nur mit Glück, ich hoffe, das wird auch ohne Glück. Nee, das ist schon das ganz klare Ziel für diese Saison. Mal gucken. In sieben Wochen weiß ich mehr. Ja, okay. Nochmal zurück zu deinen Anfängen so ein bisschen. Ja. Also gerade wenn du dann angefangen hast, auch mehr zu trainieren, wie sagt deine Eltern, haben wir das auch unterstützt. Aber man kennt es ja auch, man hat ja nebenher immer noch die Schule. Hat sich das irgendwie ausgewirkt auf deine schulischen Leistungen oder warst du so ein Überflieger, dass das relativ einfach war? Ja, ob sich das ausgewirkt hat, kann man natürlich nicht sagen, man hat natürlich nicht den Vergleich von ohne Sport. Klar nimmt das Zeit in Anspruch, das Training. Ich bin ja dann ab der siebten Klasse sozusagen ab dem Gymnasium auf dem Sportplanat in Magdeburg gewesen. Und da war das natürlich alles noch ein bisschen, da war die Wege kürzer als zu Hause, aber dennoch würde ich mich schulisch gesehen eher als faul bezeichnen. Ich habe mein Abitur geschafft, trotz Leistungssport parallel sozusagen. Aber ich denke schon, es wäre mehr möglich gewesen ohne den Sport, wenn ich mich da mehr reingekniet hätte, wenn der Wille größer gewesen wäre. Aber ich habe mich da ein bisschen auf den Sport verlassen, was das Studium später angeht. Also du würdest jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass du mehr Energie in die Schule verwendet hättest, wenn du keinen Sport gemacht hättest? Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben, richtig. Vielleicht wäre ich dann zu Hause gewesen und meine Mutter hätte diese Energie mehr investiert und die wäre sozusagen durch mich hindurch geflossen, die Energie. Aber nee, das glaube ich nicht. Und deswegen solche Vergleiche wie ohne Sport oder so. Und deswegen lasse ich die immer gerne. Ja, man kriegt es eben manchmal auch mit, dass natürlich auch unsere Eltern mal sagen, naja, wenn jetzt da aber die Noten nicht stimmen, dann musst du mit dem Sport wieder aufhören, was ich halt sehr, sehr schade finde. Ja. Weil ich bin der Meinung, man sollte dann lieber versuchen, an anderen Stellen irgendwo Zeit zu sparen oder sich auch zu organisieren. Aber Sport zu kürzen, finde ich immer sehr schwierig. Ja, definitiv. Weil das kann halt auch mal so in den Lernphasen war es halt auch mal schön, wirklich abzuschalten während des Sports. Also ich habe auch gelernt fürs Abitur, ganz klar. Und da war es dann immer schön so zu wissen, in zwei Stunden habe ich wirklich nichts anderes zu tun und habe ich nichts mit dem Lernstoff zu tun. Das war einfach auch mal ganz angenehm. Und im Endeffekt kann man ja, wenn ein Kind gerne, sag ich mal, Fußball spielt oder gerne schwimmt, dann kann man ja sagen, folgendes, wir finden Kompromiss und wenn du so und so viel lernst, kannst du danach zum Schwimmen gehen. Also das ist etwas zu kürzen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, auch wenn ich mit Kindererziehung noch nichts zu tun hatte. Ja, also ich finde es schade. Aber ich hatte auch Glück, wie gesagt, meine Mama hat es immer respektiert, dass ich viel Energie in den Sport gesteckt habe und hat gesagt, solange ich alles bestehe und durch alle Klassen durchkomme, ist das für sie okay. Dann ist das ja wirklich zumindest ein ziemlich rundes Paket bei dir auch gewesen. Ja, definitiv, definitiv, ja. Sehr schön. Was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du nicht schwimmst? Also Schule ist ja vorbei. Ja. Was machst du jetzt neben dem Schwimmen? Und was? Ich habe 2017 angefangen mit Wirtschaftspsychologie. Habe da jetzt drei Semester durchgezogen. Beziehungsweise jetzt kommt das vierte halt im April. Aber ich habe vor, zu wechseln zu Economics and Management. Das ist so ein bisschen mehr die wirtschaftliche Schiene, weil ich gemerkt habe, dass der psychologische Teil, den ich nicht so spannend finde, wie ich mir das erhofft gedacht hatte, sondern eher so die Wissenschaftsschiene mir mehr liebt. Und ja, dementsprechend werde ich wahrscheinlich zum fünften Semester hin dann wechseln und jetzt einfach noch gucken, was ich auf dem Weg dahin mitnehmen kann bis zum Zeitpunkt, bis Oktober. Das ist aber auch wieder so ein bisschen typisch, finde ich. Ich weiß nicht, ob das speziell in Randsportarten auch nochmal mehr der Fall ist, dass die meisten Sportler doch sich unglaublich gut organisieren können. Denn ich meine, du betreibst jetzt, wie gesagt, den Schwimmsport auf einem extrem hohen Niveau mit sehr, sehr viel Aufwand, zeitlichem Aufwand. Und andere sind ja schon mit dem Studium alleine überfordert, vielleicht nicht, aber tun sich schwer, mit vielleicht weniger Ablenkung drumherum ein Studium wirklich durchzuziehen. Und dann bist du jetzt aber auch so einer, der es eben schafft, sich trotz des Sports erst die Schule und jetzt auch so ein Studium zu bewältigen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Effekt von den Randsportarten in Teilen. Ja, denke schon. Wobei ich auch finde, dass, wie gesagt, auch wieder den Weg zurück, meine Eltern haben von Anfang an sehr viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt. Das war denen ganz wichtig. Und jetzt auch im Sport wird über den Verein, über den Olympiastützpunkt, wird mit Laufbahnberatung wird darauf geachtet, dass man das sozusagen koordiniert bekommt. Einfach weil der Landesschwimverband und auch der Deutschen Verband natürlich interessiert, sind, dass der Sportler nicht so rangeht und sagt, okay, jetzt ist Studium aber doch am Ende wichtiger, mit Schwimmen kann ich kein Geld verdienen und deswegen heißt das Schwimmen hinten runterfallen. Das wäre natürlich für den Deutschen Schwimmverband, der auf Talente baut, wäre es natürlich tödlich. Der würde da mehr Talente verlieren als alles andere. Und ja, auch aus sportpsychologischer Sicht arbeiten da viele Menschen im Hintergrund, um uns das zu ermöglichen, um uns das zu ermöglichen, das alles zu organisieren. Also wir haben da verschiedene Meetings jedes Jahr, wo Berufsorientierungsseminare stattfinden. Wie gesagt, wir haben eine eigene Laufbahnberaterin, die im engen Kontakt mit der Uni steht, um da alles abzustimmen. Und auch die Trainer sind da definitiv mit eingespannt, um das gut zu koordinieren, dass man halt die Trainingszeiten bzw. seine Vorlesungszeiten nicht unbedingt in die Trainingszeit legt. Da sind viele Zahnräder, die ineinander greifen müssen, damit das halt alles so funktioniert. Aber an den Bundesstützpunkten klappt das schon relativ gut mit den Partner, Unis etc. Ist auch ein bisschen beidseitig das Ganze. Wie du eben gesagt hast, auf der einen Seite, der Schwimmverband würde eben Sportler verlieren, wenn sie sagen, wir müssen uns auf den Beruf konzentrieren oder die Ausbildung dahin. Andererseits, wenn sich ein Sportartiger rein auf den Sport konzentriert und die Ausbildung eben schleifen lässt, ist es eben in den Sportarten, von denen man nicht auch langfristig leben kann, ja eigentlich genauso gefährlich und riskant. Genau. Und wie gesagt, ich glaube im Endeffekt würde jeder halbwegs intelligente Sportler, der wahrscheinlich nicht Fußballer ist, sich für das Studium entscheiden. Und den Sport im Unterfall lassen, wenn die Möglichkeit, also finanziell, wenn man finanziell abgesichert ist, natürlich nicht. Aber wie gesagt, da würde man, glaube ich, langfristig denken und da würde das Studium den Vorrang kriegen. Selbst bei mir ist das langfristig gesehen, ist sozusagen das Schwimmen nicht das, wo ich mein Geld verdienen werde. Ja, vielleicht nochmal nur, bevor das hier falsch verstanden wird, also eben in einem Atemzug die Fußballer mit erwähnt hast. Das bezog sich, glaube ich, eher darauf, dass man als Fußballer davon auch langfristig leben kann. Einerseits, die auf die Intelligenz verfügbar sind. Genau. Ich kenne genauso intelligente Fußballer, auch intelligente Fußballer als ich. Wie gesagt, es ging um das Finanzielle und nicht um deren Wissensstand. Genau, das denke ich mir. Aber das sollten wir vielleicht nochmal kurz festhalten, bevor es dazu missverständigen kommt. Sehr gut. Klasse. Ich habe noch die klassischen Tinongo-Abschlussfragen. Ja. Das sind mal fünf Fragen. Ich finde es ein bisschen spannend, wer da sowas sagt. Und die würde ich jetzt gerne noch einmal mit dir am Ende durchgehen. Sehr gut. Die erste wäre, warum sollen Kinder Sport machen? Sport ist ein super Ausgleich für den Geist, für den Körper und hellfit. Also gesundheitstechnisch gibt es nichts Besseres als Sport. Und parallel dazu kann man halt seinen Ehrgeiz, seinen Charakter schulen. Einmalig, glaube ich. Das kann man durch nichts anderes so gut machen. Und warum sollten Kinder jetzt genau deinen Sport machen? Also nicht nur schwimmen lernen, sondern warum sollten Kinder jetzt Schwimmer werden? Spart unheimlich im Sinne der Wasserrechnung zu Hause. Man kann immer in der Schwimmhalle duschen. Also man verbringt viel Zeit mit seiner Trainingsgruppe. Die werden gleichzeitig Freunde, später wahrscheinlich auch Familie. Und es macht einfach einen Heidenspaß, auf Wettkämpfe zu fahren, sich mit anderen zu messen. Und man ist auf sich allein gestellt. Es ist niemand anderes schuld, wenn man versagt. Aber man kann auch dementsprechend den Sieg so genießen, dass man selbst dafür verantwortlich ist. Natürlich mit dem Trainer. Aber man hat selbst auf dem Stabblock gestanden, ganz alleine und hat die Leistung gebracht. Oder eben nicht. Und damit muss man klarkommen und kann sich daran auch überfreuen. Und wenn du den Schwimmsport nicht entdeckt hättest, welchen Sport hättest du dann sonst gemacht? Und da schließe ich jetzt mal Fußball aus, weil das liegt bei dir jetzt zu nah. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre zum Reiten gekommen, weil meine Mama sehr, also früher geritten ist und auch ein eigenes Pferd hat. Oder ja, vielleicht so in die Richtung Badminton. Badminton ist für mich auch nochmal eine Herzenssache. Das spielen mein Bruder und ich sehr häufig. Und wir haben da Spaß bei. Also das wäre, glaube ich, auch so ein Ding geworden von mir. Was sind deine wichtigsten Ratschläge an die Eltern von Kindern, die jetzt Sport treiben oder mit Sport anfangen wollen? Erstmal die Kinder, glaube ich, einfach nicht, dass man den Grad findet zwischen unter Druck setzen. Also nicht unter Druck setzen und trotzdem nicht sofort nachgeben, wenn das Kind mal keine Lust mehr hat. Sondern halt unterstützen, sich auch ein bisschen anhören, woran es denn liegt, dass das Kind dementsprechend jetzt mal nicht möchte, aber halt auch weiter fördern. Also das ist alles, das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man die Kinder nicht den Sport machen lässt, wenn man das selbst klären möchte oder wenn man selbst früher nicht erfolgreich war im Sport und jetzt eine zweite Chance hat mit dem Kind, sondern weil man dem Kind einfach die Möglichkeit geben möchte, da was zu erreichen. Und was sind denn noch deine wichtigsten Ratschläge an Kinder, die mit Sport anfangen? Ich glaube, wichtig ist, dass der Ehrgeiz gesund ist und ja, Fleiß ist, glaube ich, das A und O. Da hilft, also Fleiß schlägt Talent im Endeffekt, wenn ich da mal bin. Und deswegen ist Fleiß das Wichtigste, was ich mit auf den Weg geben kann. Super. Paul, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für die Fläche, die du sozusagen den Sportlern gibst mit deiner Website. Finde ich gut. Cool, danke. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg. Jetzt erst mal drücke ich die Daumen für die WM und alles, was noch darüber hinaus kommen mag. Und ja, vielleicht können wir es ja irgendwann nochmal zusammentun und nochmal was voneinander hören. Würde mich freuen. Würde mich auch freuen. Super. Also, danke. Danke dir. Drei. Do you know the best team ever? What did you say I say? Do you know the best team ever? What did you say I say? Rund, weiß, ein Team! Okay.